Was das Geheimnis dieses Baguettes ist, das verrate ich euch gerne in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So, das ist das Geheimnis dieses Baguettes. Rote Beete. Ich habe hier frische rote Beete. Ihr könnt auch welche nehmen, die vielleicht schon ein bisschen schrumpelig ist oder im Angebot. Da zieht aber in jedem Fall eure Handschuhe an und die werde ich jetzt einmal schälen. Wie das Ganze geht, habe ich euch schon mal gezeigt, denn für mein Toastbrot, was ich dann ja als Blutbrot betitelt hatte, was letztes Jahr zu Halloween kam, da habe ich das ja schon mal gemacht. Ich verlinke euch dieses Video einmal oben rechts und ich finde, wir sollten viel mehr herumexperimentieren. Bei Brot und Baguette gibt es so viele Möglichkeiten. Ich habe euch ja schon mal Brote und Brötchen gezeigt mit Kartoffeln und Süßkartoffeln waren auch mit dabei, mit Kürbis. Ich habe so eine ganze Playlist mit Gemüse und ich finde, das solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Nicht nur, dass es sehr köstlich ist, sondern auch natürlich sehr gesund. So, hier habe ich jetzt meine Rote Beete. Da habe ich die jetzt erst einmal mit dem Sparschäler geschält und dann könnt ihr erst einmal da so oben noch den Strunk wegschneiden. Oben und unten. Unten halt die Wurzel. Naja, da war keine. Und dann schneide ich das in größere Würfel. Den Ofen heize ich schon mal vor. So circa 200 Grad. 180 bis 200 Grad. Und das ist dann wie bei den Kürbiswürfeln, dass ich die jetzt einfach darin gare. Denn ich möchte mir die Farbe bewahren, die diese dann an das Baguette abgeben. Guckt mal, ganz heiß sind die hier noch. Und das Ganze gebe ich jetzt hier in meinen Mixer hinein. Auch hier einfach aufpassen. Sollte das nicht so gut püriert werden, dann könnt ihr auch noch ein bisschen Wasser hinzugeben. So und hier können wir schon mal anfangen. Ich habe hier mein Dinkelmehl. Dazu gebe ich jetzt mein Hefewasser. Oben rechts verlinke ich euch eine Playlist. Wenn ihr neu hier seid und noch nicht wisst, was es mit diesem Hefewasser auf sich hat. Dann noch ein bisschen Salz. Und das Tolle ist, dieses Püree könnt ihr wie beim Kürbispüree natürlich auch einfrieren. Hier habe ich noch ein bisschen Zuckerrübensirup. Das ganze Rezept findet ihr unter diesem Video. Und ihr könnt selbstverständlich statt dem Sirup auch Honig oder auch Zucker verwenden. Oder es zur Not auch ganz weglassen. So und hier habe ich jetzt mein Püree. Das war eingefroren. Und das Tolle ist, ich zeige euch demnächst mal richtig köstliche Marmelade damit. Ich muss tatsächlich gestehen, ich bin gar nicht so ein Rote-Beete-Fan. Aber ich möchte das viel mehr implementieren. Und das ist richtig toll und lecker. Und gerade für diejenigen, die das nicht so gerne mögen, eine tolle Art. So, hier habe ich ein bisschen Essig dazu gegeben. Warum das Essig? Das ist ganz einfach. Hier ist jetzt noch das Öl. Durch den Essig in dem Teig wird die Farbe im ganzen Brot verteilt. Bei dem Blutbrot konntet ihr sehen, da war nur der Rand gefärbt und nicht das Innere. Und durch den Essig bewirken wir, dass das ganze Brot dann einen rötlichen Ton bekommt. So, hier ist der fertige Teig. Ich habe ihn so fünf bis acht Minuten in meiner Küchenmaschine geknetet. Wenn ihr das Rezept mit Weizenmehl statt mit Dinkelmehl macht, dann könnt ihr das natürlich zehn bis 15 Minuten kneten. Bei mir waren jetzt hier und da noch so kleine Stückchen dabei. Das stört mich nicht weiter. Ihr könnt natürlich auch viel feiner pürieren. Das Ganze decke ich jetzt ab. Das kommt hier in die Schüssel. Und das lasse ich jetzt so lange bei Zimmertemperatur stehen, bis der Teig aufgegangen ist. Bei mir hat das jetzt so ungefähr einen halben Tag gedauert. Bitte nicht verzweifeln, wenn ihr ein frisches Hefewasser habt. Dann kann das auch ein bisschen länger dauern oder wenn es bei euch kälter ist. Da kann ich euch immer empfehlen, den Teig sonst nochmal mit eingeschalteten Licht im Backofen stehen zu lassen. Oder ihn, falls ihr einen freistehenden Kühlschrank habt, ihn darauf zu stellen. Denn elektrische Geräte geben ja Wärme ab und das ist perfekt, falls es bei euch ein bisschen kälter ist. Demnächst wird es ja Gott sei Dank wieder wärmer. Und das bedeutet, dann geht es mit dem Hefewasser auch viel einfacher. Und das Tolle bei diesem Rezept ist, bei dem Baguette, ihr könnt es wieder auf Vorrat herstellen und dann auch einfrieren. Klappt wunderbar. So, hier falte ich das jetzt ein bisschen und die Struktur des Teiges ist wirklich perfekt. Ihr braucht noch nicht mal Mehl dazu. Ich klappe das jetzt um, falte das so ein bisschen und ziehe das auf die Arbeitsfläche, dass die so richtig schön eine Struktur bekommen bzw. schön glatt werden. Und jetzt zum Formen nehme ich dann doch ein bisschen Mehl, weil ein bisschen klebrig sind die dann. So, hier falte ich das jetzt nochmal so lang. Ich versuche die Luft drinnen zu behalten. Hier könnt ihr sehen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Zack, so die Kanten schön aufeinander. Die sollten mit wenig Mehl sein, damit sie dann beim Backen nicht aufplatzen. Vorsichtshalbe hier nochmal zukneifen. So, ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Noch ein bisschen rollen und ich finde das mit dem Mehl ganz schön. Dann hat das nochmal so ein rustikalen Touch. So reicht es mir völlig. Und das geht jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Und auch dieses Stück ein bisschen rüberfalten. So wenig Mehl wie möglich dabei haben, damit es auch verschlossen bleibt. So, ihr könnt es auch einfach rollen, wenn das für euch einfacher ist. Hier nochmal festpressen. Ja, das sieht ganz gut aus. Und nochmal eben auf die gewünschte Länge rollen. Ja, das gefällt mir ganz gut. Hier nochmal der Schluss. Falls ihr irgendwelche Rezeptwünsche habt, lasst es mich gerne einmal in den Kommentaren wissen. Da freue ich mich drüber. So, und auch dieses Baguette geht auf das Backpapier. Und das Ganze lasse ich jetzt nochmal circa eine Stunde stehen. Aber guckt mal, hier ist mein Werkzeug. Tada, ich habe endlich so ein Schneidemesser. Das war in dem Set dabei, als ich mein Brotbackkorb gekauft habe. Das Ganze verlinke ich euch nochmal unter diesem Video. Ich fand das richtig toll, weil durch die Hülle kann da auch nichts passieren. Und das Ganze habe ich jetzt nochmal so eine halbe Stunde stehen gelassen. Und gebe das Baguette dann in den vorgeheizten Backofen und habe noch eine Schüssel Wasser unten auf dem Boden. 250 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann habe ich das so circa nach 10 Minuten auf 210 Grad Ober- und Unterhitze runtergeschaltet. Insgesamt waren die Baguettes 30-40 Minuten drinne. Und beim Hineinschieben habe ich sie auch nochmal ein bisschen mit Wasser besprüht. Und das Ergebnis ist doch wirklich fantastisch. Guckt euch das einmal an. Übrigens, seit einiger Zeit biete ich ja Mitgliedschaften an. Und danke meine lieben Mitglieder, dass ihr mich so toll unterstützt. Toll, dass ihr dabei seid und mir ein bisschen hilft, die Videos besser für euch zu machen. Wenn ihr mal wissen wollt, was ihr davon habt, wenn ihr Mitglied bei mir werdet. Schaut mal unter diesem Video, da verlinke ich euch das natürlich. Und guckt euch das an. Also Anschnitt ist super gelungen. Ich musste natürlich warten, bis die ein bisschen abgekühlt waren. Sind ganz fluffig geworden. Und ich bin super begeistert. Wenn dir dieses Video genauso gut gefällt, gib ihm doch einen Daumen hoch und vor allem teile es. Damit noch viel mehr erfahren, wie einfach und leicht man mit Hefewasser backen kann. Schaut mal, richtig tolle Farbe, gesund und vor allem lecker. Das ist ja immer das Wichtigste. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr nämlich immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Ich habe jetzt so ein bisschen Frischkäse mit drauf gegeben, noch ein paar Kräuter. Das war richtig köstlich und lecker. Lasst euch von der Farbe nicht abschrecken. Ich finde, das ist was ganz tolles für einen Grillabend. Einfach köstlich und auf dem Bildschirm findest du jetzt neue Videos für dich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Liebe Grüße, deine Emma.